Berlin Alexanderplatz. Wir haben heute Freitag, den 23. August 2013. Malztoff wird die S-Bahn. Wir haben 21.45 Uhr. Jetzt wird ein anderes Spiel. Achso, da wird erstmal die andere S-Bahn abgefertigt. Und dann wird er mal gucken. Und da fährt er rein. Berlin, erstmal noch Alexanderplatz. Und hier sieht man ja Sachen, die so sind... Oh ja, ich war mir zum Beispiel das gelohnt. Na ja. Ja. Dann fangen wir mal an. Dann fangen wir mal an. Und dann wird dann der nächste, für eine Ahnung... Das ist ja klar. Das passiert nichts. Wenn ja nichts passiert, dann machen wir mal ja. Ja. Und ich muss jetzt mal warten, ob ich noch um sei erhaftet. Ja, wie immer noch? Mhm. Mhm. Dann ist es der zu spät reinkommende Zug Richtung 9. Aber auch die 5 Minuten Verspätung, die scheinen da zu überbieten. Hier fällt man nicht, ob es in den ersten 20 Sekunden nicht passiert. Dann machen wir halt mal den Fass mehr aus.